Hallo zu FIFA 19 Pro und bin in Trennhagen und wir spielen gegen Santa Clara im Vorbereitungsturnier. Natürlich wird Trennhagen hier steuert. Oh 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 Ich glaube auf Mexico sind die Oh 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 Keine Ahnung wer das ist. Außenverteidiger rechts Trennhagen Trennhagen hier schön auf und Versuch an der Flanke zweiter Versuch und Da wurde der Ball weggekommt Trennhagen hier gut den Ball erobert Oh 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 Ternhagen hilft in der Abwehr aus Ein Wurf ausgeführt durch Ternhagen auf Hayam Tische zum 1 zu 0 Keine Flanke von Ternhagen, aber gut, wer kämpft hier? Und dann kommt man voranlage durch einen Gegenspieler Und drehen ist der Patient Ternhagen, schön in der Abwehr, auf Lucina weitergeleitet Zu Ress Hintersee auf Ternhagen Da war der Pass viel zu langsam von Ternhagen Dann auf Hintersee Schön aufgeliebt Und Lucina Patrick Und das gibt eine Ecke Ternhagen führt die Ecke aus Spielt sie, wie sie weit spielt Der Torwart hält sie natürlich locker Fabian Muscuera El Hayam Muscuera Kechel Lissila Liss Liss Lissila Und Schampes Zum nächsten Nickball Und Ah Da gibt es Nickball Diffiffiffiff Plus Zuarez Suarez Zuarez lässt sich ja auskochen, abkochen, aber gut verteidigt die man hält auch der ist ja auf Fuß Fuß die Flanke war viel zu kurz und Einwurf Bochum war keine Angst schön auf Hinterseer und mit einem Bombe ins Eck sehr präzise sehr schön so Bochum dominiert hier das Spiel oh da macht der Nagel das nicht gut Fabian kick den einfach aus nochmal oh wie man muss hier zupacken oh die Bochum mal hier etwas am schwächen kurz vor der Pause und da gibt es nochmal eine Ecke Halbzeit Pfiff den Nagel etwas außer Puste die Zuche die Zuche ein Wurf Santa Clara da oh 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 Es war ein in in e in es Was cool ist? Ah, cool! Was cool? Shit! Da war eine ganz müße Flanke wie raus für ein Eisfeld rein und ich sehe, dass ihr die ganze Zeit diese beschissene Meldung da gehabt habt Entschuldigung Oh Spiegel ab, ja klar Alter, warte Ah, Mist Die Flanke kam nicht gut durch Die Flanke ist ziemlich ausgepumpt Und die eigenen Reihen behalten und Oh, schöne Vorlage Auf Hinterseer Zum 13-0 Schöne Flanke So, damit den Kopf rein Cruise geht raus Sam kommt rein Oh, Mioka Ach, Mist Ah, Mist Oh, Mist Da hat Herr Nagel Feierabend Ja, simulieren wir mal den Recht Und Finale gewonnen Da hat der Finale Locker Den Titel geholt So sieht's aus, Leute Ja Spieleentwicklung So Bekomme ich hier irgendwo ein Upgrade So Warte beim Windeln Dann bekomme ich da ein Upgrade Flankenszenarios Aufpassen ins Minitor Okay Okay Verteidigung Okay Doch kein Update bekommen wir aber Die Chancen No, Fals No, Fals Halt So So Dann mache ich das. Schüsse nicht. C, D, A, D, C, nee. So, erster Spieltag der neuen Zweitligasaison gegen Bielefeld. 6-6. Ein Tor. Sollte gut machbar sein. Riemann, El Haram, Bochum in Grau, Danino, so sieht die Aufstellung aus. Tenage wird gesteuert. Sollte gut machbar sein. Da war wirklich gut gemacht. Ja, hier, komm, Bienefelder brauchen wir nicht. Oh, da war der erste Angriff von Tenage nicht. So, schön gepasst. Schön auf Pinker. Tenage schießt ins Eck und macht das 1-0. Das erste Tor der Saison für Bochum durch Tenage. Aber wie präzise. Einfach mal gedacht, ach, weiter schießen wir mal einfach. Da hat der Torwart nichts gemacht. Genau ins Eck. Im Moment Tenage, ein Topscorer bei Bochum. Was? Ich hab doch nicht gefault. Was? Ich hab doch nicht gefault. Oh, ist schön. Tenage bekommt den Ball. Flanke und... Fast ein schönes Türchen durch Eisfeld. Aber nur fast, weil dann doch etwas zu hoch war. Bielefeld im Angriff und Elke. Oh, Latte und oh, bald. Gring gewesen dabei. Ah, unser mieser Zweigkampf. Der Nage. Bielefeld ist weiter. Hier die Gefahr. Tische, Eisfeld. Was macht denn da? Warum? Warum Eisfeld schön hier verteidigt? Börner, der Real wohl nach England geht? Oder beziehungsweise, wenn die Folge kommt, ist da wohl schon fix der Transfer. Und der Schuf von Eisfeld musste da abgewehrt werden. Oh, Torlinientechnik. Kein Tor. Da war... Da kommt man wirklich auf der Linie. Aber nicht über der Linie. Das war wirklich auf der Linie. Oh, Torlinientechnik. Das war wirklich auf der Linie. Und der Hörbettchen. Was doch! Nein! Da... Komm nicht an. Hinterseer... Oh... Ein Bienenfelder... Oh... So soll's auch nicht sein. Oh... 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 Al Aram wird hier nicht gefahren. In dem Teil sehr... Aufzaubert gestoppt. Gute Gretchen hier von Tenhagen. Und... schöne flanke auf alles wieder drüber war ein schöner volley muss sie sagen der fahrt schon ein gutes stück drüber man kann mich aufs satz geachtet Und da verliert Bochum den Ball. Und Bienefeld ist am angreifen. Aber Muscuera stört, aber nicht entscheidend. Gut gestört vor dem Ternaken. Sauber wunderbar hier. Da gab es einen Foul an Ternaken. Und Ternaken wollte nochmals draufschießen. Schöner Pass mal wieder. Und Ortega kann da halten. Und es gibt Elfmeter. Der Schiedsrichter. Nein, kein Elfmeter, sondern ein Freistoß. Und, oh, schön gemacht, aber Lucina köpft daneben. Schade. So, Pinupalter. Ternaken heute ein sehr gutes Spiel. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Winter, sehr. Oh, Mist. Bienefeld im Konter. Zeres. Aber ein Wurf für Bienefeld. Fabian mit Mühe hier verteidigt. Aber Bienefeld bleibt am Drücker. Wieder ein Wurf. Und wieder ein Wurf Bienefeld. Wurf kommt da nicht aus der eigenen Hälfte im Moment. Schöne Doppelpassspiel mit Asphalt und dann auch Pünktarze. Oh. Doppelwechsel bei Bienefeld. und bei Bochum auch ein Wechsel Christian für Säufer für Christian Massimo für Nöte und Pantovic für Cruz Fabian hier zum Einwurf für Biene und Eisfeld wird auch ausgewechselt hier kommt Meier schön gemacht Telnagen für Kronkau und den Säufer hat hier Lucena erhobert den Ball oh Pantovic mit einer Haken die Gaben die Gaben habe ich Und hoch, hoch, Bienefeld! So, nochmals. Schöne, schön Aussicht spielt. Aber die Fläche kam da nicht an. Naja. Oh Mann. Massimo Vogelsammer. Oh, Riemann! Faustet den Ball vor den Gegenspielern. So, da Massimo Riem macht den Ball. Schön auf den Tassen. Pertil für Suarez. Und das gibt... ...Abstoß. Schipler für Urizo. Hä? Hä? Ich dachte, die hätten schon einmal gewechselt. Na ja. Musseena. Trenhagen. Mit der Flanke. Oh, Schmitz kommt den da weg. Töpfen. Oh, 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 oh. Ein Konter. Schutz. Und jemand. Schnell genug dran. Trenhagen. Ach, in den Gegenspieler. Ach, in den Gegenspieler. Ach, in den Gegenspieler. Ach, in den Gegenspieler. Ah, hinter der kommt ein Schiestenball in den Gegenspieler. Und so bleibt es bei 1 zu 1. Ach, na ja. So, wer ist denn in der zweite Neger drin? Darm schackiert, wie das Pupine fällt. Düsseldorf als Absteiger führt. Wiesbaden als Absteiger. Union. Nürnberg als Absteiger. Lautern als Aufsteiger. Bochum 10. Mit diesen 1 zu 1. Na gut, dann wollen wir mal das nächste Training machen. ... Tomat überwinden machen wir mal. Ja, getimed hohe Pässe, oh und damit war es dann mit den Passen gibt es nicht mehr, Schuss ist auch alles. Standard nur direkter Freistoß und... Oh Gott! Oh, 2x11, ganz mieses Training. Sooo, das nächste Spiel seht ihr das nächste Mal. Also bis dann, tschüss!